Brent Goff präsentiert die Nachrichten bei Deutsche Welle TV in Englisch. Die Amerikaner, sagt er, bewundern Angela Merkel, weil sie mit ihrer Karriere den amerikanischen Traum verkörpert. Merkel hat es geschafft, von unten nach ganz oben. Aus der DDR, Pfarrer, Tochter und dann war sie das Mädchen von Kohl und dass sie es geschafft hat, dann zur Bundeskanzlerin zu werden. Und die Tatsache, die mächtigste Frau der Welt und kein Mann schafft es auch, sie wegzukriegen. Wie Merkel das hinbekommt, jetzt schon zehn Jahre lang, darüber rätseln die Amerikaner. Männer, die machtgierig sind, wenn sie dann in Angela Merkels Nähe sind, werden die irgendwie ausgeschaltet. Wie sie das macht, vielleicht ist das dann ihr Betriebsgeheimnis. Fragezeichen haben viele Amerikaner auch bei Merkels Flüchtlingspolitik. Einfach die Grenzen öffnen, in den USA wäre so etwas undenkbar. Für die Amerikaner ist es völlig selbstverständlich, dass Einwanderung streng kontrolliert wird. Ich glaube, die Bundeskanzlerin hat einen großen Fehler gemacht, indem sie gesagt hat, die Flüchtlinge dürfen hierher kommen. Aber was danach passiert, da hat sie gar nichts gesagt. Wie Angela Merkel tickt, konnte Brent Goff auch schon einmal aus der Nähe erleben. Er war zu einem Abendessen eingeladen und saß zusammen mit deutschen Journalisten bei der Kanzlerin am Tisch. Mitten beim Essen habe ich gefragt, Frau Bundeskanzlerin im Ausland, wir sehr oft haben gesagt, sie seien langweilig. Und plötzlich waren alle Journalisten am Tisch ganz, ganz still, als ob ich sie beschimpft hätte. Und die Bundeskanzlerin guckte mich an und sagte, naja, da haben die recht, aber irgendwie ist es mir gelungen, so weit zu kommen, langweilig zu sein. Und dann hat sie gesagt, können Sie mir bitte die Bude reichen? Merkels trockene Art, ihre demonstrative Bescheidenheit. Bei vielen Deutschen kommt das gut an. Amerikaner können damit nur wenig anfangen, wenn es um Politiker geht. In den USA wird Politik als Show zelebriert. Ich glaube, da hätte sie kaum Chance, eine Wahl zu gewinnen. Aber dafür ist sie hier und nicht in den USA. Und hier will sie ganz offensichtlich auch noch einige Zeit im Kanzleramt bleiben. Auch das ist für Amerikaner ungewöhnlich. Sie bekommen spätestens nach acht Jahren einen neuen Präsidenten. Merkels Kanzlerschaft aber läuft und läuft und läuft. Vielleicht will sie noch vier Jahre oder acht Jahre bleiben. Die Batterien scheinen bei Frau Merkel immer gut aufgeladen zu sein. Die Amerikaner bewundern also Merkel. Irgendwie gibt sie ihnen aber auch Rätsel auf. Wie schafft es diese Frau, den Dauerstress jetzt schon zehn Jahre lang auszuhalten? Brand Goff würde der Kanzlerin das hier in eine Glückwunschkarte zum Amtsjubiläum schreiben. To Germany's Superwoman, great job, isn't it time for a vacation? Die Superfrau von Deutschland, super gemacht, aber wird es nicht so langsam Zeit, eine kleine Pause zu machen. Matthias Zahn, Berlin.